Moin Leute, heute ist mein kleines Infovideo für euch und bevor ich jetzt sage, ist der liebe Luca dabei. Ja, okay. In jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich mir jetzt nicht sicher bin, ob heute dieses Video noch hochgeladen wird, weil es wird noch verarbeitet und so. Also wenn es heute nicht kommt, dann tut es mir jeden Fall leid Leute, weil ich wollte es später machen, weil ich gesagt habe zu meinen Kumpels, das ich jetzt mache, wenn sie anrufen, weil ich habe dann schon mit Luca gespielt, die ist das Ananas. Und ja, ja, seid mal bitte nicht böse, wenn es heute nicht kommt. In jeden Fall wird es dann, wenn es heute nicht kommen kann, wird es hundertprozentig morgen kommen Leute, weil ich muss dann auch Musik einfügen, weil ich weiß nicht, aber auf Playstation Musik copyrightfrei ist. Und naja, das werde ich glaube ich jetzt nur noch auf dem Handy machen, mit dem Video, also mit dem, mit den Sounds, mit den Liedern, die ich dann einfügen werde. Und ja, das war es jetzt mit dem Infovideo. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht, es ist schon spät. Und wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder beim Steam oder, ja, wir sehen uns morgen beim Steam von Christian wieder. Tschüss Leute. anhaarbeideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideesideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide